Funktionsaufrufe folgen in der Wolfram Language immer dem gleichen Muster. Zunächst einmal schreiben wir den Namen der Funktion und danach eckige Klammern. Ich verwende hier einmal die eingebaute Funktion randomReal und dann eckige Klammern und ich führe diesen Funktionsaufruf jetzt einfach einmal aus, also mit Umschalt-Enter. Dabei sehen wir, dass randomReal in dieser Form eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 ausgibt, wenn wir sie also ohne Funktionsargument in eckigen Klammern aufrufen. Dabei ist doch gleich zu beachten, dass die eingebauten Funktionen von Mathematiker bzw. von der Wolfram Language alle mit einem Großbuchstaben beginnen. RandomReal ist eine Funktion, die wir mit einer unterschiedlichen Anzahl von Argumenten aufrufen können. Hier haben wir randomReal also zunächst ohne Argument aufgerufen. Wir können randomReal aber auch mit einem Argument aufrufen, zum Beispiel der Zahl 2. Dann gibt uns randomReal eine Zufallszahl zwischen 0 und 2 zurück. Jetzt könnten wir vielleicht denken, gut, dann geben wir randomReal einmal zwei Argumente, nämlich 2 und 5 und möchten, dass uns randomReal eine Zufallszahl zwischen 2 und 5 zurückgibt. Tatsächlich funktioniert randomReal mit zwei Argumenten aber ein bisschen anders. Hier gibt uns die Funktion nämlich 5 Zufallszahlen zwischen 0 und 2 aus. Wenn wir möchten, dass uns randomReal eine Zufallszahl von bis ausgibt, also zum Beispiel zwischen 2 und 5, dann müssen wir als erstes Argument eine Liste angeben. Wir schreiben also randomReal und dann eine Liste in geschwungenen Klammern, zum Beispiel 2 bis 5, geschwungene Klammer zu und wir hätten gerne drei solcher Zufallszahlen zwischen 2 und 5. Bei sehr umfangreichen Berechnungen kann ich das Ergebnis dieser Berechnung unterdrücken. Wenn ich mir zum Beispiel, sagen wir, 1000 Zufallszahlen zwischen 0 und 5 ausgeben lassen möchte, beziehungsweise nicht ausgeben lassen möchte, sondern sie berechnen lassen will, allerdings ohne, dass ich jetzt 1000 Zufallszahlen in meinem Fenster habe, dann schreibe ich ans Ende der Zeile ein Semikolon, also einen Strichpunkt. Dann wird die Berechnung zwar durchgeführt, ich sehe das Ergebnis aber nicht. Jetzt wollen wir uns gleich eine weitere eingebaute Funktion anschauen, nämlich die Funktion OUT. Wieder mit großen Anfangsbuchstaben und mit eckigen Klammern ohne Argument. Mit OUT zeige ich mir das Ergebnis der letzten Berechnung an. Wenn ich diesen Befehl ausführe, bekomme ich also die 1000 Zufallszahlen, die ich hier berechnet habe, deren Ausgabe ich allerdings unterdrückt habe. OUT greift also auf den letzten Output zurück. Da man die Funktion OUT unter Umständen häufiger verwendet, gibt es dafür eine Kurzform, nämlich das Prozentzeichen. Anstatt von OUT mit eckigen Klammern kann ich also einfach auch das Prozentzeichen tippen. Außerdem kann ich mit OUT gezielt auf einen bestimmten Output zurückgreifen. Wenn ich hier ein bisschen rauf scrolle, sehe ich zum Beispiel, dass das Ergebnis dieser Berechnung, also diese Zufallszahl, die Nummer 46 hat. Und das kann ich nun hier in OUT eintippen und bekomme das Ergebnis dieser Berechnung. Das kann ich genauso bei der Kurzform anstellen. Einfach Prozentzeichen 46 und ich bekomme das Ergebnis dieser Berechnung. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Zellenmarkierungen nicht unbedingt bei jeder Ausführung eines Notebooks gleich bleiben. Wir haben jetzt also gesehen, wie wir eingebaute Funktionen mit keinem Argument, also ohne Argument, mit einem oder mehreren Argumenten aufrufen können oder wie wir eine Liste als Argument übergeben können. Außerdem haben wir gesehen, wie wir den Output von sehr umfangreichen Berechnungen unterdrücken können und wie wir die eingebaute Funktion OUT verwenden können, beziehungsweise die Kurzform Prozentzeichen, um auf den Output früherer Berechnungen zugreifen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020